Es strahlt mich an. Es strahlt mich an. Nein. Ah, wieder. Moment. Hallo. So. Na, Muttertag steht vor der Tür. Und, was schenkt ihr? Ich hab ne Idee. Und, das sind ja noch zwei Mieterraum. Doppelte Arbeit. Und vielleicht noch was für die Frau. Go Berg. So. 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 aus dieser Aldi Lidl Park seit irgendwas schiene mal raus. Mal schauen was diese Bosch hier bringt. Ist eine grün, keine blau. Auch ich mache es aufs Geld achten. Darum schauen wir mal was das ganze bringt. So Kuckus. Bisschen Grell, Entschuldigung. Jetzt habe ich das ganze geschliffen. Die Kanten habe ich alles gemacht. Und jetzt hier einfach von Hand eine Kurve eingezeichnet und die dann zugeschnitten. Das hier ist dann das Überbleibsel. Machen wir dann sonst irgendwas. So. Und jetzt kommt die Aussparung wo ich dann, weiss ich nicht, eine Kerze rein, ein kleines Gläschen rein oder so. Und das mache ich dann mit dem Denken. Das cool an dem Teil ist, wenn es richtig eingestellt wäre. Du kannst dann einfach bohren und das was hier drin ist, dann wieder raus. Ich muss es kurz einstellen. Moment. Ja. 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 Ich habe mir hier eine kleine Herzschablone gemacht und die dann hier übernommen. Und das schneiden wir jetzt aus. Und nachdem wir jetzt das Brett alles schön geschliffen haben und die Rundungen ausgeschnitten haben und dann noch mit der Oberfräse die Löcher nachgefräst, kommt jetzt das schöne. Zum Ergebnis. Jetzt hätte ich gleich. Wir ölen jetzt das Ganze und zwar hier mit Öl für Arbeitsplatten vom 3V3. Ist vom Bauhaus und wurde mir gesagt, waschbar, nicht fertig. Also, lebensmittellächtig. Und nachdem wir die Herzen fertig haben, sorry, kurzes, ein bisschen Sonnenschein da. Also, er auch. Malt er jetzt die kleinen Herzen noch schön rot an. Unterstützung ist doch immer gut, oder nicht? Go work. So. Wollt ihr gucken? Guckst ihr? Ja, so schön. Tschüss. Tschüss, tschüss. Und jetzt? Komm mit dein Herz allein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Na? Was denkt ihr so? Cool. Ich denke, Mama gefällt's. Und dann, go work. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im Anhang seht ihr dann noch ein paar schöne Bilder. Und lasst mir doch ein Abo da. Daumen hoch. Gefällt mir alles, was mich irgendwie unterstützt. Ich wäre froh. Und mit einem Abo seht ihr dann, wenn mein nächstes Video kommt. Euer Schweizer. Go work. See you. Daumen hoch. 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 Daumen hoch.